So, und das ist unser Christbaum hier, der wird jetzt gleich geschlagen, frisch geschlagen. Das nehmen wir jetzt auf, wie sie das wegsägt, gell? Dörf ich, gell? Natürlich. Das geht aber schnell, das war ja nicht einmal eine halbe Minute. Das sind noch die ganz Kleinen der Hand, die werden erst groß. Das sind noch die ganz Kleinen, die werden erst groß. Halt mal, die kann man auch kaufen, ich hoffe es ist. Ja, da sind wir auf dieser Größbaum-Range, das ist ca. 30 km von uns zu Hause entfernt. Das ist ein kleines Erachter. 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 Da 500 km von uns healthier. Das ist ein Raffenschein, das machen wir auf dem Balkon.